gib mir meine Sachen wieder. Tu was, er tötet mich gar nicht. Alles klar. Danke. Ey, tu was. So, jetzt einfach noch ihn töten. Dann will ich meine Sachen wieder. Ey. Oh, Quatsch. Quatsch. Rackete. Rackete. Rackete mit deinen Sachen ein. Komm her. Junge, jetzt lass es doch. Diese Folge wird ein Chaos. Nein, 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 nein. Rackete, komm, 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 komm. Töt dich, Rackete. Töt dich. Hallöchen und herzlich willkommen. Mein Name ist Brotwisch und ich begrüße dich heute zu einer weiteren Folge. Brotcraft, ich wollte schon wieder Call of Duty sagen, aber es ist Brotcraft diesmal. Wieder in einer coolen Kombination mit dem MrSkywalker99. Hallo. Und mit dem Raketenhaken. 33. Ja, haha, ja. 30, auch nicht. So, jetzt hier ist die zweite Folge nach dem Livestream. Also die sechste Folge ist es da jetzt insgesamt. Ja, die sechste Folge ist es. Und ich hab für euch zwei einen Auftrag. Öh! Halt sie auf! Okay, ich hab für euch einen Auftrag, okay? Seht ihr hier das Gelände? Seht ihr hier das Gelände? Seht ihr hier das Gelände? Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das da. Ja. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Skywalker. Hier. Eine gerade Linie durchbauen. Und dann das da flach machen. Und da ein Feld hinbauen. Ja, viel Spaß, Skywalker. Ich geh auch rein. Ich helfe auch mit. Komm Skywalker. Diese schwarze Habe. Mach das per Hand. Warte, ich mach euch schon eine Crafting Table. Und paar Schaufeln. Äh, Rakete! Hallo! Du kannst mich nicht töten. Hier liegen paar Schaufeln. Da. Für jeden drei. Eins, zwei, drei. Da. Skywalker, da liegen deine Schaufeln. Da. 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 Ich fäll' deinen Baumer. Ey, der rennt schon wieder vor mich. Alter, der rennt vor mich, während ich am abbauen bin. Dann werd ich schon wieder geschlagen. Wie, wie baust denn du Gras ab, Alter? Oh, ich, ich mach das hier gescheit. Ich mach das hier in der Seite und du läufst einfach dann noch um die Scheiße ran. Ah, das muss ich ranklotzen, Leute. Jetzt müssen wir aber langsam mal ranklotzen mit dem Bauen und allem. Ich hab, ich hab noch was saugeiles vor. Boah, das wird natürlich mal ne Überraschung für euch. Leute. Meine Zuschauer meine ich jetzt. Wird für euch. Okay, wisst es, glaub ich auch nicht. Soll ich überraschend sagen? Oh, boah. Ja. Soll ich sie sagen oder nüt? So. Ich hab vor, ich bin ja oben am Stein am Braten immer. So, ich hab mir vor, ein bisschen Stein zu sammeln und dann oben eine fliegende Insel zu bauen. Ein paar Stück. Inseln. Eine fliegende Insel. Eine fliegende Insel. Eine fliegende Insel. Ja, fliegende Insel. Und dann ja, ne, 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 ne. Da. Und dann ist das alles gut. Dann wird auf die Pferde gerichtet. So, der dann kommt die Pferd zu sagen. Da wird man ja in den Pferd zu kommen. Oh, der na, ich habe mich mit der Pferd. ich hab ein schwert ich hab ein eisenschwert ist gut ich hab einen stock ich hab warte da 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 hör auf gib mir mehr von der scheiße ich weiß nicht wie kai die ganze zeit die kinder nur abschlagen wenn ich gleich im tonen squid seh skywalker wurde durch keine ahnung durch hier durch raket nacken getötet er fängt an er schlagt damit zurück leute wenn ich gleich sehr toll ist gewinnt schlägt mich dreimal ja holz schön er schlägt mich macht er auf wenn scheiß penis zu machen ich glaube ein penis werden in was will du kenne ich nicht was bist du für saarländer ich glaube tag bei dir kannst mein scheißdreck haben ja ich brauch die erde zum teil ich hab leder was ich will das nicht so du baumkind du baumkind auch du hast schall leder höh hör auf da kommt ein feldkipp bei mir alles zu pflanzen ja ich kann rakete schlägt mich hallo ihr habt ja genug erde er schlägt mich schon mit dem scheiß ich glaube ich hätte diese folge schaffen wir es mit den zwei jude noch ein feld zu bauen schlafen zeit wo ich schlanz hier noch ein bäumchen rotfisch fischbrot 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 kopf fischbrot 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 es kommt jetzt wieder ich höre auf wenn du aufhörst leute ich höre euch gleich alle beide er fängt an die kinder ok das geht mir wenigstens meine sachen wieder du bist so ein bastard gibt mir meine sachen wieder tue was er tötet mich doch nicht meine sachen wieder mit den sachen ein jungen jetzt lasst du diese folge wird nein okay der höhe jetzt mal rakete höre jetzt auf rakete ich möchte ich ja komm ich muss ja jetzt hätte alle beide auf g ich blockiere rakete gleich danke für die diaz welche diaz lege mich jetzt einfach ins schlag ins bett komm herr ich soll sie drauf ich mobe mich die ganze zeit halt auf beide euch jetzt gegenwärtig zu mobben mom ist nicht gut mom für zu weitermobben und dann zu mobben für zu selbsttut er fängt dauernd an tu was brotisch er steckt mich irgendeiner von euch geldstrichern hat mein bogen er da ich habe gar keine sache mehr ich habe nur weizen von rakete ja ich habe meine sachen bist du ein also ein bisschen stärker als mit kleinen schwachen menschen ja komm 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 her mhm wo bist du ach da so leute wenn ihr euch diese folge fallen hat lasst mir einen daumen nach oben da !", Aua! Hey du Arsch! Beende jetzt deine Folge Eh! Du Kackstricher, dein Geldstricher Geldstricher Oh, Felix Nicacho Oh, ich hab den Bogen gefunden Wenn ich den Bogen gebe Töltest du mich nicht mehr, versprochen Ja, versprochen, okay So Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat Lass meinen Daumen nach oben Eh! Jetzt! Auf du! Kleiner Geldstricher Er hat dich kaum Er hat dich kaum Aua! So Leute, wenn ich die Folge gefallen hat Lass meinen Daumen nach oben da Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao!